Hallihallöchen Freunde, willkommen zu einer weiteren Folge von Bugfabled, es geht weiter, wir sind hier im Königreich der Spinnen, wollte ich schon sagen, der Käfer, bei der Königin, wir wollen natürlich noch ein bisschen das Schloss erkunden, oder sonst etwas verraten. Oh, Discovery, wenn wir Entdeckungsinformationen der Bücherei übergeben, dann werden sie uns belohnen. Hm. Okay, für alle 5 Medaillen, äh, beären uns alles, was wir finden, kriegen wir eine Belohnung. Nope, wir können uns nicht helfen. Read some history books if possible. Okay, die Bücher sind alle verschwunden oder verloren. Haben wir eine neue Mission jetzt bekommen? Nö, haben wir nicht. Aber wo kann ich denn die Information geben? Und er muss es hier geben können, oder? Da ist die Königin. Hm, hm. Was für ein wundervolles Gemälde. Die Alte war halt, also die Alte Königin war halt ruhig, sanftmütig, trotzdem stark und die ist halt nicht mehr so. Die Alte konnte, die Alte, die Alte, die Alte Königin konnte halt auch, äh, Gegner besänftigen, oder Monster besänftigen mit ihrer ruhigen Stimme. Logbook updated. Ach, guck mal, hier sind die Discoveries. Das habe ich alles schon entdeckt, jetzt, ne? Seht ihr das? Das sind alles die Discoveries, die ich entdeckt habe. Der Enthill Place, Queen Elizabeth, also wir müssen tatsächlich mit allem quatschen, dann kriegen wir, kriegen wir Informationen. Wie viel gibt es denn da von? 45 oder sogar? 50. Lost Books. Ach, die haben wir tatsächlich das bekommen, ja? Difficulty 2, Status genommen. Das ist schon erledigt. Aber was habe ich denn gerade aufge... Achso, doch, das Discovery, das hier habe ich gerade aufgenommen, ne? Das ist das Logbuch gewesen. Das Enthill Place hat uns der Typ draußen gezeigt gehabt. Gib mir doch nochmal die Information. Yeah, nice. Let's go. Sechs Discoveries haben wir. Wir haben 20 Bären bekommen. Nur eine, ne? Ach doch, sechs ist alles klar. Ah, cool. Okay, wissen wir also Bescheid. Hier in der Bücherei können wir uns neue Rewards holen. Das ist natürlich auch sehr cool. Was gibt es hier? Halt! Halt, aha. Hast du im Englischen auch so? Gut, da kommen wir nicht rein. Oh, jetzt geht es doch hier unten lang. Ja, da würde ich natürlich mal reingehen. Bestimmt sagt ihr mir auch, Halt. Hallest Weller ist alle... Okay. Lass uns mal unten drängen. In die Minen. Logbook updated. Wieder ein Discovery. Discovery ist wahrscheinlich. Ah, okay. Wir machen hier Tunnel. Ah, verstehe. Die graben hier Tunnel. Mhm, ja. Damit wir wahrscheinlich Abkürzung haben, ne? Halt, äh, Ameisentunnel. Ja, gibt es hier schon einen fertigen Tunnel? Da hinten ist einer. Da schläft einer. Bleibt zurück. Ah, okay. Ich möchte jetzt natürlich nicht, äh, mit dem Ding abkloppen. Okay, lass uns doch mal reingehen. Wo geht es hier lang? Oh, der hat eine Quest für uns. Ja. Ist das eine gute Idee, hier zu graben? Er hat ein Ausrufezeichen. Äh? Okay. Tja, der hat eine Quest für uns. Er hat ein Ausrufezeichen. Ich muss gleich mal hier mal anrufen. Nö. Das ändert sich tatsächlich auch überhaupt nicht, wenn wir die Person wegziehen. Das hätte ja auch sein können, dass wir verschiedene Dialoge eröffnen. Gut, also hier ist erstmal noch nichts. Warten wir erstmal ab. Jetzt können wir uns hier noch in der Stadt ein bisschen, ein bisschen, äh, umgucken. Jetzt haben wir endlich mal wieder ein bisschen Zeit. drei berries probieren probiere pro käfer aber hier jetzt mal gucken hier können wir schlafen muss dann zu heilen da brauche ich jetzt nicht so hallöchen hast du eine aufgabe für uns alles richtig edler käfer der gefällt mir okay wir haben sich viele neue aufgaben das questlock open taken complete ich mir alle nehmen der innkeeper der 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 gasthaus den ganzen ok können hier eine kann ich alle mitnehmen ja locker let's go ich will ganz kurz gucken was macht's i want a new taste kann someone bring this old buck a hearty breakfast meet me at my hut and snake mouth way okay lost toy hatten sein spielzeug verloren let's go book return ein buch wieder bringen mein haus ist in der end city residential area mit der leute alle mitnehmen parts delivery zu repär der trinket okay wir sollen neben einer association also unser idol aber gleitet hat und in die mine zurückbringen wahrscheinlich damit im ausrufezeichen und aus aufholt beauty dafür find any please bringe und bottomless classic meteor books einfach ein paar bücher sollen wir bringen alles klar sehr nice leute sehr nice die haben sehr viele quests angenommen das war sehr schön der guckt der guckt mich an wir sehen nach ein paar intelligenten käfern aus und wir helfen er hat ein angebot was sie nicht ablehnen können gold einige legendäre bären vielleicht eine sehr starke medaille ein outfit oder ist ist das eine limitierte edition greenback ranger nur zehn stück und überhaupt gemacht davon 40 bären ist aber teuer war wenn du alle bären die wir im snake mouth gefunden haben ausgibst werde ich dir das nie verzeihen jetzt wird er selber sparen ist ja süß da kommen wir kaufen sind let's go logo 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 ein bug ranger greenback ranger und das only ten ja ja okay okay hey hey ach ist das süß ach nein ist das putzig cool blue ranger auch noch haben und den yellow ranger natürlich auch noch logisch und die alle haben leute das wahrscheinlich das kamen denke ich mal oder jetzt hätte ich gedacht ist es etwas um den stärker zu machen so ein outfit weißt du aber es sieht nicht danach aus der end meint ja und gefunden aus dem jahr wieder durch switchen zu müssen okay er hatte viele quest wir jetzt haben nice egal er hat den anzug sehr schön also er schreibt mich voll an muss mich nicht gleich anschreien ist okay ich gehe wieder der hunger und da ist das kauf areal da sollten wir doch gleich mal hingehen Und da gibt es scheinbar vieles zu kaufen, auch Medaillen und so weiter. Aber das ist immer noch zu, oder? Ups. Bugranger Plushy. Schade, passt nicht. Da oben geht es aber noch lang. Seht ihr das? Okay. Können wir quatschen mit dem Ding? Ups. Ups. Logbuch updated. Nice. So, wir haben eine Anfrage angenommen. Äh, nein, noch nicht. und du bist gewesen mit dem essen oder haben sie wieder motivation geben das war fantastisch ja wir haben sie wieder aufgemuntert sehr schön ich bin nur ehrlich gewesen so kann ich jetzt die quest aber schon mal erledigt war eine schnelle quest gewesen wenn man das speichern jetzt müssen wir aber in den süden gehen leider habe ich keinen shortcut für die quick map er für die für die map mini tweet ok was war links lang ist ja dass der der weg dahin mit futter und so weiter gleich drei auf einmal da ist doch was war ja klar was ist das klopf klopf code 24 05 der code letzten von letztem monat ist nicht mehr länger gültig benutzt bitte benutzt einen neuen code was wir können da nicht rein schade knock knock du kennst mich jetzt öffne endlich mal die tür wir müssen einen neuen code finden haben wir neuen neuen questlock näher war schade leider nicht okay ein postmann du kannst doch und take out for a little time we're letting you sign up for junior account of free ok wir können ja zeug reinpacken ja logo let's go i want to store das effort egg kommt hier rein ja logo magic seed kommt hier rein wobei magic ich brauche ich den gerade ich brauche ich nicht mal spice the burger kommt alles hier rein ich will es ja nicht verkaufen maschinen kommt ja auch noch mit drin ach komm einfach alles mit drin hätte ich auch alles reinklicken können ich will take out select multiple ah ja select multiple funktioniert auch mit v 35 items können wir da reinlegen leute holy ist das viel crunchy leaf honey drop effort egg danger shroom mushroom leider wieder keine was heißt leider keine medaille leider keine medaille i want to buy i want to sell ja ok wir können halt bei dem direkt nix kaufen nur wir können was verkaufen über das menü aber kaufen müssen wir hier rüber wir können ja auch mal hinter drücken oder uns die ganze zeit voll quatschen mit irgendwas oh da haben wir wieder einen this side up ok steht auf dem karton drauf wo ich zu dem naja wir haben steine raufkletterer geht nicht gut das geht da komme ich heran an den anderen alles klar so muss ich den lang links oder nach unten nach unten ging es glaube ich auch lang ok er kann nicht kämpfen dass er verliert er jedes mal bären ist ja doof für dich hier geht es ja noch weiter alter was das denn ok wir haben da nichts mehr wir verhungern wir verhungern live verhungert wir haben noch ein etwas aus seinem geheimen vorrat raus geholt na aus seinem sein 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 eine heilzauber hat ja immer was drinnen und da machen wir was draus ein meisterwerk etwas frittiertes glazed honey acht leben regeneriertes ok können wir also kochen können wir neue kochrezepte entdecken oh da ist eine mit metal oder dieses rainbowfarbene ding nom 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 mmm lecker ok da können wir jetzt kochen das ist nice guck mal auf die medaille tp plus uuuuuh hallöchen ah da gibt es drei medaillen holy shit will ich alle haben interessiert in die medaillen, wie kann ich dir helfen, was du verkaufst? medaillen mhm 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 b mhm damit Wir können tp assist ist das auch noch was Hart hits res enemy res enemy tech, but doubles berry word Perfekt von extra change okay Increase an ls hp by to happy plus nice okay, aber ich habe sehr viel geld für Die beiden weg machen und tp plus rein machen Ach so tpa ja verstehen vergisst es das sind nicht die treffer punkte sind die teamwork points Immer sehr verwirrend okay da kann man auf jeden fall ziemlich viele bären raushauen Das ist hätte ich nicht habe ich habe die von verkauft die zutaten was natürlich schlecht lassen sie mal noch ein arzt kochen ich habe Einmal diese honig drop genommen dass man mit zwei dingern kochen Ja er wird ecknehmer mit und mushroom Das habe ich die beiden das heißt wir werden mal mit den beiden zutaten etwas kochen Na mal schauen was da rauskommt bestimmt was richtig ekelhaftes Hat auch trotzdem was gewonnen Halt die break was du da ist es ja Das ist was wenn wir jemandem geben sollen Okay gut dann würde ich sagen kurz würde ich eine pause beim nächsten mal sehen wir uns dann wieder mit backfablets bis dahin ciao Ja